Das Willeroy & Boch Info Terminal unterstützt Ihre Kunden dank zeitgemäßer Touchscreen-Bedienung und vieler innovativer Funktionen bei der Planung Ihres Traumbads. Und das in verschiedenen Sprachen. Ein interaktiver Stilfinder hilft Ihrem Kunden mit nur wenigen Klicks herauszufinden, welche Kollektion optimal zu ihm passt. Durch die Auswahl der Bilder, die seinem persönlichen Geschmack am nächsten kommen, zeigt der Stilfinder dem Kunden umgehend passende Kollektionen, die dann im Badinspirator noch weiter ausgestaltet werden können. Hier können Produkte, Materialien und Raumgestaltung dann variiert oder auf stilsichere Badgestaltungsvorschläge zurückgegriffen werden. Sobald Ihr Kunde mit der Auswahl zufrieden ist, kann er seine Favoriten ganz einfach auf seiner persönlichen Merkliste speichern und somit auch von zu Hause aus wieder aufrufen und weiter an der Gestaltung feilen. Bis er sein Traumbad für sich kreiert hat. Oder Ihre Kunden stöbern einfach in den Willeroy und Boch Badkollektionen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch wer gezielt nach Willeroy und Boch Produktinformationen sucht, wird beim Info-Terminal fündig. Neben einer bequemen, nach Produktkategorien geordneten Übersicht, kann auch direkt nach einzelnen Produktnamen gesucht werden. Auch Informationen zu den neuesten Willeroy und Boch Produktinnovationen stehen zur Verfügung und bilden eine weitere Hilfestellung in Ihrer Kundenberatung. Ihre Kunden wissen schon genau, wie Ihr Traumbad aussehen soll? Dann können Sie im Badplaner des Willeroy und Boch Info-Terminals schon maßgenau Vorarbeit leisten. Viele benutzerfreundliche Planungsfunktionen machen die erste Planung leicht, die Ihre Kunden ebenfalls bequem auf Ihrer individuellen Merkliste speichern und im Anschluss an sich und natürlich an Sie per E-Mail versenden können. Für die finale Detailplanung stehen Sie und Ihr Serviceteam Ihren Kunden dann wie gewohnt zur Seite. Im Händlerbereich des Willeroy und Boch Info-Terminals können Sie zudem Ihr Team vorstellen und eigene Inhalte hochladen, um Ihre Kunden von Ihrem Service zu überzeugen. Das Willeroy und Boch Info-Terminal Mehr Service für Ihre Kunden